herzlich willkommen zurück zu let's play secret of evermore wir stehen einem endpost gegenüber ja gut kann man sehen wie man möchte so 500 schaden haben wir gemacht so 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 wir machen kraft auch auch somit verballern wir gerade unsere ganze zeugs aber das ist ja kein problem denn der zeit max ist tot und vernichtet und kaputt und so aber wir haben keine formeln mehr beziehungsweise kein zeugs mehr so okay wir haben jetzt nur noch kraft auf und düster würde ich sagen wir gehen mal hinunter also also wir gehen hinunter genau das meinte ich nämlich hg lässt nach ja schön für das angie schild so gucken mal ähm genau töten einfach mal was und ihr seht was da oben liegt ey was ist denn das das ist doch die Energiehandel von der Hundestatue so weit ist er also geflogen meine Herren jetzt aber los hier so weg mit dir wie nervig diese Viecher aber auch sind wenn man es wird zu schnell einfach nur so oh man was soll man leider zu groß soll ich sagen diese Viecher sind einfach nur wenn man sie nicht richtig trifft dann sowieso so was haben wir hier hallo da habe ich das auch mal aufsammeln spiel scheinbar nicht okay honig sehr schön mann 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 so ich weiß nicht was diese Viecher an Money geben sieht aber relativ wenig aus dann würde ich sagen grind ich hier mal ein bisschen für Money so jetzt gucken wir mal oh 43 naja es gibt besseres würde ich meinen so es gibt besseres würde ich sagen okay die ganze können wir gucken ob man vielleicht wieder ein bisschen was erzeugt kriegen wenn der herr da ist weiß nicht ob bei der jetzt noch mal erwischen dort würde nicht erwischen denn zutaten braun war definitiv egal wie egal wo egal wann wir brauchen es auf jeden fall mal ob wir hier unbeschadet durchkommen aber zwar nicht unbeschadet denn diese viecher sind echt ärgerlich sondern dass das noch nicht das ist falsch ich weiß nicht ob ich jetzt zu dem typen mit dem h des granaten noch mal reinkommen ich gehe noch mal gucken an für sich gute zutaten hat aber normalerweise müssten wir da rennen kommen noch wieder oder wir haben die tür aufgeschlossen und die türe wird ja nicht abgeschlossen sondern wir gehen mal gucken es war doch hier irgendwo ja hier war es aber so wie es ausschaut war es das wohl da werden wir nicht mehr reinkommen ne ach das ist ärgerlich naja okay schauen wir mal hat nur unten irgendwo händler ja roi hat doch die ganz verkauf oder habe ich mich jetzt irre 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 ich mich jetzt da kann ja auch sein das weiß ich jetzt nicht nur wir gehen mal gucken schaden kann ich ja nicht so so hier war glaube ich nur waffen dinge gehabt oder war das von mir nein muss ein anderes haus gewesen sein aber eins von den ganzen vielen hier nein 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 nicht ins tor verdammt nicht niemals alles teuer ja guck mal vielleicht war sogar unten ich glaube es war eher unten hat das hier vielleicht ne das war es nicht das hier vielleicht ok scheinbar nicht du vielleicht du vielleicht nein auch nicht hier unten war es glaube ich nicht so musste oben gewesen sein nicht recht in sinne ja also diese häuser hier die statue sind ja auch echt creepy man oder hat er sich etwa auch schon verpasst ich will es ja mal nicht hoffen nein 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 aber ich möchte zutaten kaufen so ja super ey jetzt habe ich nur elf davon und zwei davon ja supi ok ok was wollen wir denn für den feuerball schwefel und asche ähm ja federn wo kriegt man federn ja na wir versuchen es mal wir versuchen mal äh so durchzukommen so durchzukommen was ich absolut nicht versprechen kann denn äh ich hätte schon gern ein bisschen mehr an alchemie formeln weil ich irgendwie so meine ja alchemie müsste man mal äh gebrauchen können ach dass der typ eine hartegranate nicht mehr auf hat das ist natürlich jetzt spannend ja das halt nicht mehr aufmacht das ist so das ist auch irgendwo ein bisschen schade denn äh wir brauchen äh zutaten ja wir brauchen definitiv zutaten so wir gehen hier rein oder ist hier ich glaube schon mal nein hier nicht ähm sondern hier oben rum wir rennen einfach durch ist egal geht mir ausm weg cool bleiben alles gut lässt du mich bitte mal ruhe du alter so gut weiter geht's gut weiter geht's sonst okay lantzattacke level 3 aber die lanzattacke ist an für sich ganz gut eure hoheit spricht vergottes was habt ihr mit dem jungen und dem hund getan sie machen eine kleine reise sind auf dem weg zur anderen seite der schlucht habt ihr keine angst dass sie etwas mehr über herr fels herausfinden so weit werden sie nicht kommen die drachen werden sich um sie kümmern doch selbst wenn sie auf die andere seite gelangen sollten wenn wir ihnen einen überraschenden empfang breiten sie sind verloren so dieser wald ist schlimmer als das central park viel schlimmer über lauren gefahren sollte war das vorbereitet sein speichern eine gute idee schattenwald so meine freunde jetzt wird es kompliziert im großen wald keinerlei orientierungspunkte und dieser wald wiederholt sich orientierungspunkte aber schon und zwar in den kleinen dingern die wir gleich nachher sehen werden das schwierige jedoch wird herauszufinden wo unser alchemist sich befindet aber das kriegen wir schon hin also wir sehen uns im nächsten part von secret of amor bis dahin euer night zockt